Ich kümmere mich um die Vermietung unserer Wohnungen in verschiedenen Bezirken in Berlin und da ist auch mein Arbeitsalltag immer wieder abwechslungsreich, weil ich zum einen vielseitigen Kundenkontakt habe, aber auch immer wieder neue Aufgabenfelder erlebe durch viele verschiedene Wohnungen, aber auch verschiedene Kunden. Für mich ist CoVivio ein besonderer Arbeitgeber, da er für mich für Flexibilität und Offenheit steht. Das bedeutet für mich ganz persönlich, dass ich meinen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt von Nordrhein-Westfalen nach Berlin verlegen konnte und hier auch meine persönliche und berufliche Laufbahn fortführen kann. Zu meiner persönlichen Entwicklung hat CoVivio besonders beigetragen, da ich hier den Grundstein legen konnte für meine weitere berufliche Laufbahn, weil ich hier die Ausbildung abschließen konnte und jetzt weiter als Wohnungsvermieterin in Berlin tätig sein kann. Wh-I-P-M-S-A-G-L-K-A-G-A-G-P-A-G-A-G-A-G-A-G-A, Vielen Dank.